Maximilian Zimmer mit Dirk Lottner ist ein Trainer bei Adrian Cottbus, der selber früher Mittelfeldspieler war. Torgefährlich, ähnlich wie sie gespielt hat möglicherweise. Ja, wie wichtig ist, dass dieses Duo gut harmoniert? Ja, sehr wichtig. Wie gesagt, wir müssen ja, wir müssen ja zusammen die Mannschaft anplanen. Wir müssen zusammen wissen, was wir auch beide wollen. Wir müssen zusammen wissen, was für Spielertypen wir auch wollen. Dass wir die gleiche, dass wir die gleiche Art vom Fußball gespielt haben. Eher natürlich viel erfolgreicher als ich, aber dass wir so vom Gedanken her und so die gleiche Auffassung vom Fußball haben, es hat sofort gepasst. Wir haben uns sofort verstanden. Von daher, wie gesagt, bin ich da positiv angetan und ich denke, dass es eine gute Zusammenarbeit werden kann. Also beide haben sich ja kennengelernt. Das war in den Gesprächen, war das von beiden gewollt, dass sich beide auch vorher kennenlernen. Haben sich gleich verstanden, haben ein ähnliches Bild vom Fußball, wie wir spielen wollen. Das hat sich relativ schnell ergänzt und das wird denkmal gut passen. Ich glaube, dass wir zumindest die gleiche Idee haben, wie wir Fußball spielen lassen wollen. Ob wir es letztendlich dann auch transportiert kriegen und auch die Spieler dafür bekommen, die wir dafür brauchen. Das wird man jetzt sehen in den nächsten Wochen und Monaten.